So Freunde, komm ich mal hierher, will ich mal gucken, hier ist ja bestimmt ein Heim irgendwie, so grüßt euch Männer. Sag mal, seid ihr aus dem Heim hier, weil ihr mit der Gruppe fahrt ihr? Wie, ja oder nicht? Könnt ihr fahren? Also ihr seid doch keine Heimkinder? Nein, nein, nein. Was macht ihr denn hier? Wir kennen sowas, ja. Wir sind Scooter und Big Bikes da. Euch kann man mieten, so ein Wortschrittsparty. Genau so ist es. Geil, da fahrt ihr mit Motorräder auf einem Rad oder was? Das versuchen wir. Und wohnt ihr hier drinnen in dem Bus? Ab und zu, ja. Geil, kann ich mal reingucken? Ein paar Tage im Jahr. Alter Schwede, was ist denn das hier? Ist das hier für die Reifen? Das ist, genau, also ganz wichtig praktisch, ja. Und ihr fahrt hier eine Stuntshow? Das machen wir, genau. Ja? Geht das schon klar? Wie viel Ticket? Das 9-Euro-Ticket für ein Monat, ja. Alles klar, ich mache jetzt los, hol das Ticket und dann komme ich nochmal vorbei. Wir freuen uns. Freunde, bis später. Macht's gut. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020